Fangen wir uns mal die Personalentwicklung an und fragen uns wie immer am Anfang, was soll das Ganze, was hat das für Ziele, welche Ziele kann es aus Sicht des Unternehmens geben, Sie sehen, man hat hier Unterschieden aus Unternehmenssicht, aus Arbeitnehmersicht und aus Sicht der Volkswirtschaft, also zunächst einmal, welche Gründe kann es im Unternehmen geben, in Personalentwicklung zu investieren. Antwort, Unabhängigkeit vom externen Arbeitsmarkt. Unabhängigkeit vom externen Arbeitsmarkt. McKinsey hat vor einigen Jahren in einer Studie den sogenannten War for Talents ausgerufen in gewisser Weise, haben also darauf aufmerksam gemacht, dass wir hinsteuern auf eine Zeit von Fachkräftemangel. Und das beeinflusst natürlich die Unternehmenssicht ganz stark, wenn wir schleichend, nicht druckartig, sondern schleichend immer weiter in eine Richtung kommen, Dass immer mehr der Babyboomer-Generation in Rente geht und nicht mehr entsprechend allein von der Menge her genug junge Menschen nachgerückt sind in den letzten Jahren, weil die Geburten schwachen Jahrgänge kamen, dann müssen wir schon etwas tun, um Fachkräfte zu sichern. Ja, also Unabhängigkeit vom externen Arbeitsmarkt, Fachkräfte zu sichern, in dem Sinne, dass man sie eben selber entwickelt, dass man sie selber entsprechend fortbildet. Fachkräfte sichern, Wettbewerbsfähigkeit verbessern. War for Talents bedeutet auch, dass der Unternehmenserfolg in Zukunft wesentlich von den Menschen abhängen wird. Nicht mehr so sehr von den Maschinen. Maschinen können sich mittlerweile fast alle leisten, das ist nicht mehr so der große Vorsprung. Also die Menschen hinter den Maschinen und an den Maschinen machen den entscheidenden Vorsprung aus. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.